hallo leute und wir kommen zurück und ja im letzten part haben wir ich komme da nicht rein ja im letzten part haben wir tata so wiedergefunden leider wurde ordentlich verprügelt hat sich dann aber gegen die bösen obermuftis gestellt und jetzt wollen die bösen obermuftis irgendwie eine dritte künstliche klinge aktivieren nehme ich an how about the thank you you focus the guy directly in front of you achja genau wir haben gerade torah nicht dabei was dezent unpraktisch ist für ja die tatsache dass wir keinen tank mehr haben wer die agro auf sich ziehen kann und 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 weiter können die bitte mal auf ständig durch die gegend zu können ich kenne eine Griete hier ja mach mal danke Himmelsch und Zwirn noch rein ja irgendwo hierhin soll es gehen nicht feiten wenn es sich vermeiden lässt er hat er Isolationstanks geht es nirgendwo weiter doch oben geht es weiter wir müssen nur noch hier unten gehen um uns von den Typen den Schlüssel zu holen um diese Abkürzung freizuschalten mhm jetzt verstehe ich sehr gut der letzte Part war wegen der ganzen Story-Sequenzen ein bisschen überlang ich versuche diesmal diesen Part kürzer zu halten Nia ist runtergefallen ja schon wieder ja schon wieder ja egal die wird mit geportet lalalala ganz sneaky versuchen den Fight zu vermeiden da drin ist der Wächtertyp wir müssen uns jetzt rein prügeln wir müssen da da Direkten Falt vermieden. Noch ein. Oh mein Gott, das ist nur der Schatz hier gewesen. Wichtige Seite mal halten. Ne, da oben. Geht das bei... Oh ja, hm. Haha. Von der anderen Seite aus abgeschlossen. Kritischer Käse. Wir müssen dafür erst alles hier fertig machen. Prügeln wir uns kurz hier durch. Wichtige. 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 Wir müssen verprügeln einfach alles, was irgendwie böse aussieht. Einmal kurz bis die Akars plane. Das ist echt nicht wirklich ultimativ spannend hier. Doch auf, ständig im Kreis zu laufen, Alter. Oh Gott, geht der mir auf den Sack. Ja, hallo. Oh, spinn. Hm. Stopp, endlich. Ja. 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 Zack. Eingekillt, Level Up bekommen. Bam. Ähm. Einfach hohen Damage rausballern. Ja, Menschenskinners, ey. Ja, gegenüber da vorne. Da ist die Stadtzentrale. Oder nicht. Das wird der Willen sein. Okay. Bring it off. Ja. Ja! Quicken Arts! Why not? Everyone's getting sighted. Can you get it right at that? Sword smash! Just get it right at that! Make pace and retreat. Why not? High up. Well done. Maybe we're not. Double spinning edge! The enemy's element is now winning! Rolling smash, all that out. Hier sieht es aus, als könnte es hier weitergehen. Ja. Jetzt verprügelt. Danke. Und get verprügelt. Himmel, ey. Ich habe richtig geraten, dass es hier weitergeht. Yay! Hau doch nicht ab. Lass dich verprügeln. Danke. Komm raus, komm raus. Das ist dieses Level 5 Ding, von dem ich erzählt habe. Alle Gegner unter Level 30 wollen nichts mehr mit uns zu tun haben. Ja, ich fände ein Heal außerordentlich zuckrig. Ich würde sagen, ich habe zum Glück noch eine Gruppenleisten. Was gibt es dunkel nochmal für Kombinationsmöglichkeiten? Egal. So. Jetzt geht die Tür wieder auf. Meine Herren. Hier haben wir schon alles getötet, was nicht auch nur annähernd bei drauf im Baum war. Wo ist Banner? Wo ist Banner? W-What the hell is that? Activate talking complete! How do you like that? This is secret weapon based on blueprints of Lila, Gigantic Artificial Blade, Rosa! You enlarged the design, incredible! Now you all bow before the power of Banner, go get them Rosa! This is too ridiculous for words. Yeah, too ridiculous for words. Beschreibt's relativ gut, Wrecks. Okay, Rosa hat viel aus. Ich denke, werden wir wieder Dings kombinieren müssen. Elementar-Siegel. Okay, das ging irgendwie schnell. It's too strong for us. Allow me. I shall serve as a decoy. And then... No! Poppy will take care of that! Torra! Poppy! Poppy! Poppy? This energy's incredible! Thanks to my sister, Lila! Masterpon, profusest apologies for letting them control Lila like that. Lila show much more respect for Masterpon than Poppy do. No need for apologies. No need for apologies. You come back, and that enough for me! Poppy! Sister, Lila did awful things. Poppy used to people doing awful things. Poppy used to people doing awful things. Who Poppy mean by that? Poppy. Lila has one more request. We have many new sisters. Poppy will save them. It is my duty. Lila happy. Now, Lila has one thing left to do. Poppy? Use Lila as starter, and... Uh, of course! Poppy's Aether Furnace! Using experimental Aether Furnace from Lila, it can be fully ignited! But then... Will Lila be alright doing thing like that? At least I can do. Use the flames of Lila's life... to save them. Now, Poppy! Show them your real power! Roger that, Master Pond! Initiating QT Mode! Engage! Go! Go to me, she managed to fully activate Aether Furnace! What! Schau! Mad-Man! No matter how much power she has, she's still not match for mighty creation of Banner! Crush her, R-R-O-T-A! Nice! Oh, okay. Sie ist auf einmal sehr viel schwächer. Oh, jetzt hat sie auch andere Waffen. Jetzt kann man zwischen Cutie, Poppy und... ...Poppy Alpha wechseln, glaube ich. Zackk... Wir machen die gleiche Taktik wie vorher, ja. Und jetzt Gamma Strahl. Oh, hier ging ich mir schon nicht eine volle Kombi raus, ey. Weil Poppy Cutie einfach irgendwie ihr 50% Leben geklaut hatte. Ha! Justice always prevail! Masterpahn, das genug gloating, jetzt. Jetzt, vielleicht auch du, nicht mehr für schlechte Dinge benutzt. Banner ist wieder weg. Over da, meine Frau. Okay. Zeit, Banner weiter zu verfolgen. Bauchhafen. Er will mit dem Schiff abhauen, natürlich. Ich bin sehr sicher. Du musst lernen, wann zu verraten. Stopp Produzieren Artificial Blades. Du hast die Grampypon für die Verkirche lang genug benutzt. Aber das bedeutet finanzielle Verkirche. Wie viel du denkst, dass ich in dieses Endeavor habe? Oh, okay. Wir werden dich einfach auf die Imperierische Arme verraten. Dann werden sie wirklich interessiert in all die Dinge, die Lila gemacht haben. Und ich glaube, das ist nicht alles, dass sie auf dich verraten können. Ja? 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 Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss! Comprensente für Neuver, wenn die peinbar�eсть bekommen ist, Es geht weiter in diese Zeit. Vielen Dank.